kriegen wir noch ein pferd sehen nichts auch Nein, warum hab ich nicht gerollt? Okay, das war schon mal der beste Fensterfluch. Das sollte mal Psychologen untersuchen, ja. Das stimmt. Mensch, dass man da mit dem Sarg da runterrollt, ne? Fängt sich sowas aus. So. Was, wirklich? Okay. Was ist das so? Ferdi. Ferdi in Hand. Das im Sargsteigen Geschlecht ändert, ja. Auch bei Dark Souls 2, ne? Bin ich jetzt... Ich bin komplett vorbeigelaufen, weil ich in den Chat geguckt habe, oder? Ne, hier bin ich, okay. Aber der Rhythmus ist komplett weg, ne? Jetzt kommt wahrscheinlich hier auch wieder ein Pferd. Jetzt sehen wir es ja. Jetzt sehen wir es ja. Hier kommt kein Pferd mehr. Hier kommt kein Pferd mehr. Komm, Sturm, hör auf. Keine Ahnung, wo ich bin noch. Okay, perfekt. Ich darf hier keine Flasks verschwenden. Die Kätzchen hauen schon gut zu, ne? Kann man ja schon sagen. Okay. Wir haben in diesem Gebiet übrigens auch noch Loot. Haha, genau. Richtig. Warum kommt kein Pferd mehr? Warum kommt kein Pferd? Warum kommt kein Pferd, Mann? Warum kommt kein Pferd bis hier hin? Ist das geil. okay wenn alles normal läuft kommen wir jetzt zum boss wir haben ja noch 17 stück die können wir noch verballern hier die bei den pferden wissen was nicht genau weiß weiß hier keiner so genau ob die nach zehn mal auch weg sind weil die sparen ja erst in dem moment wenn du in die nähe läuft weiß dass eine andere gegner die stehen ja nicht immer da okay extra das müssen wir einbringen einmal drücken einmal drücken ist pulver vier mal drücken ist dings na der pulver die nächste woche ohne ja dann könnt ihr euch sicher sein das stimmt das impliziert dass er nur noch aufrecken soll ja das ist richtig genau das hat sollen heißen sollte es heißen ich höre mal direkt der pulver drauf ich wollte mal gucken ob man da bis an den arsch laufen kann von der katze aber es geht nicht ich wollte mal gucken ob man da bis an den arsch laufen kann von der katze aber es geht nicht ich habe die falsche im visier wieder gehabt ja ich habe die falsche im visier wieder gehabt das sind schon beide da shit habe ich nicht drauf geachtet jetzt wird es halt heftig ja da musst du schneller töten meine waffe geht kaputt rucki während dem kampf ja da habe ich wirklich gedrödelt ich habe gar nicht gesehen dass die schon runter kommen ich habe gar nicht gewusst dass ich so viel damage machen der dass ich da dass die so schnell auch nichts naja so viel hp hat die nicht ne das muss man schon sagen aber äh und wieder den weg latschen das ist ja nicht nur dass dieses gebiet total abartig scheiße ist einfach nur sondern du musst halt auch den weg dann jedes mal nochmal latschen ja wenn da direkt vorne dran feuer wäre okay einmal da durch kämpfen ja auch mal dann nochmal 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 das ist ja nicht so weit jetzt aber du hast halt immer trotzdem die gefahr dass so ein pferd da kommt das ist ja nicht so weit ja ja das ist schon klar das verstehe ich schon aber das fand ich allgemein in diesen dlcs bei den meisten bossen ein bisschen äh abstoßend der weg zum boss ja einmalig macht der spaß außer hier und danach willst du nicht mehr machen musst aber jedes mal wieder machen wenn du beim boss stirbst so so okay kein pferd Das war's. Das war's. Das war's. Zwei Katzen. Könnte sein, dass es confirmed ist, ne? Ich glaube auch. Ich glaube auch. So, bei 30%, ne? Bei zwei Drittel, oder bei einem Drittel HP kommt der. BK. Nur, dass ich mich drauf einstellen kann. Ach, geht gleich zum Los. Okay. Okay. Okay, er macht's direkt. Okay. Er macht's direkt. Okay, ich darf das nicht zweimal machen. Was? Was? Ja, der Fluch wieder, ne? Das guten ersten Trice beim Boss. Und eigentlich war es der zweite. Ich glaube, den ersten habe ich verkackt, oder? Ja. Mich freut es ja, wenn der Walk of Shame confirmed ist. Definitiv, weil... Aber hier am Anfang kam noch ab und zu einer, ne? Das heißt, vielleicht ist es auch zeitlich bedingt, irgendwie. Also, dass es zu verschiedenen Zeiten verschiedene Spawns gibt, die verschieden aktiv sind, halt. So irgendwie, keine Ahnung. Hier, den meine ich nämlich. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hinlaufen muss. Dann kann ich auch in der Sonne orientieren, aber ich kann es nicht. Okay, hier. Natürlich schon wieder alles durcheinander, ne? Hier kommt trotzdem keiner im Schneesturm. Also, schon einfach ein wein langer Weg hier, ne? Und so trist und boah. Müssen wir jetzt wohl den Boss töten. Nee, ich sehe es auch nicht, wie es weiter geht. Hier irgendwo in die Richtung, aber... Hier dürfte jetzt auch keins mehr kommen, wenn das stimmt mit dem Walk of Shame. Und danach brauche ich keins mehr. Das heißt, ich habe nirgends nur noch am Anfang vor Pferden Angst haben. Angst. Das ist auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja klar Ja, da gibt's alles in Dark Souls 2, das stimmt Ich bin mal auf Dark Souls 3 gespannt Da sein wird Könnt ihr Die Teile waren ja auch ganz cool Ich glaube ich mach die Maus nehmen wir die zwei hier Die Leuchtcaver, die waren auch cool Was soll denn nun mal so weit kommen überhaupt Also nicht nervigster Boss, aber nervigster Weg zum Boss bisher Definitiv Waffen, kann man das stacken? Kann man das stacken, oder? Das wäre zu krass Das wäre zu krass Ich bin mal auf dem Das wäre zu krass Das wäre zu krass Das wäre zu krass Achso Aber ich will ja, muss ja auch Schaden machen Ah komm Wir hauen uns mal mit rein, oder? Wir machen das dann aber so, dass ich die direkt hintereinander habe Das hier Ja auch noch Okay Leute Gucken wir mal, ne? Die großen Hippos da Die laufen aber auf zwei Beinen, oder? Oh, meine Hände sind so schwitzig Der letzte Boss Bisschen Sentimentalität ist auch dabei Fängt schon mal gut an Okay Was machst du denn da vor dem? Lass mich doch da mal durch Was ist denn das jetzt gewesen? Ich stehe irgendwie ein bisschen schlecht Ah, fuck Das habe ich nicht gewusst Okay, es sieht schlecht aus Hier brauche ich mich erstmal nicht zu bachen Das war schlecht geteilt Okay G MODE Scheiße Ich sehe eh Ich sehe, ich sehe Vergesst, ich nehme jetzt hier nichts, ich nehme den nochmal zu üben. Okay, letzte Mal hat er die cooleren Angriffen gemacht, als es so gut lief. Aber den schaffen wir schon noch heute an. Elefanten sind das, glaube ich, oder? Das sind keine Nilpferde. Ja, und Kackweg Nummer 2, äh Nummer 1. Ja, wir hatten schon fast schon down. Nur meine Waffe ist dann kaputt gegangen, da habe ich Panik bekommen. Wenn ich es nicht vorher nehme, weil ich erstmal gucken will und erstmal bis in diese Phase kommen will, wo beide kommen. Oder kurz davor zumindest. Sonst hat es ja keinen Sinn nach oben. Ich habe ja nur zwei von diesen komischen Dingern. Ich weiß auch nicht, wie lange das hält. Also das Feuerzeug hält nicht lange. Sonst, weil ich mir auf die Waffe schmiere. Hält dieser Leuchtkäfer ewig, bis ich sterbe? Nee, ne? Ach komm, echt noch einer? Glaubst du ja nicht. Nice. Joa nicht. semi konfirmt ja aber ich töte den hat in einer periode weißt du ich will es erst drauf machen wenn ich wenn ich weiß dass ich ihn töten werde horsefuck valley ja zum glück immer so viele horsefucks hier da könnte man doch bestimmt auch direkt hinlaufen von dem leuchtfeuer aus ein mark hansen dass sie sterben hat begonnen ist hoffentlich bald schon vorbei dass die sterben muss nur noch den letzten boss töten ansonsten alles easy und und Hmhm. Ich wollte ihn nicht machen zu müssen. Danke. Ich habe es mir ja selbst ausgesucht. Ich hatte die zweite schon auf ein Viertel runter. Und dann ist meine Waffe kaputt gegangen. Da stand ich da. Kein Reparaturpulver in der Quickleiste, keine zweite Waffe. Ende. Hätte es vielleicht auch so noch funktioniert, wenn ich nicht panisch geworden wäre. Aber dann wird man halt die. Ach nee, oder? Kein Bock. Mach es mal vorher. Ich nehme es mal vorher jetzt. Einmal. Ja, das ist natürlich. Fuck. 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 Das war's. Die ist schon wieder da. Das gibt's doch gar nicht. Wie schnell ist die denn? Alter. Okay, das ist das Ende. Ich hab gedacht, die kommt erst mal so 30% oder so raus. Nee. Nee. Echt nur mit dem Bogen gewacht hat? Krass. Boah, das ist ja heftig. Wie schnell ist die denn da? Jetzt bitte. Ey. Dann hab ich das letzte Mal auch einfach Glück, dass sie spät runtergekommen ist. Kann das sein? Okay. Ja, wie viel Tod an ihr selbst? Vierte oder vierte? Warum ist hier noch ein Pferd? Warum hat's mich zweimal getroffen? Zum Flieg. Ah. 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 Fluch greift um ihn mit eiskalte Dürrk. Definitiv, definitiv. Scheiß Fluch des First Tries, ne? Naja, kein Drama. Sollte ich ja sonst machen heute Abend. Hab ja sonst nichts vor. Sollte ich ja sonst was. Sollte ich jetzt schon mal. Sollte ich jetzt schon noch einmal. Sollte ich jetzt noch mal! Jetzt wird mal reingelaufen. Echt nervig, ne? Man sieht, man hört das, ich glaube, die brüllt dann einmal, aber der zweite Balken kommt, aber dann ist er auch schon da. Naja, müssen wir durch. Klappen wir auch irgendwann. Das erste Mal war halt optimal. Ich habe es direkt gesehen. Kommt eine zweite. Dreimal draufgehauen, die war instant down. Ja, das ist ein Arsch. Ja, Moses. Weißt ja, was ich meinte, ne? Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich probiere jetzt mal was. Ja, total ätzend und unnötig dieser Weg. Also, ganz ehrlich, mach lieber ein schönes Gebiet hin. Das ist einfach so, wir haben keinen Bock mehr. Wir machen eine große Fläche mit drei Punkten. Und dann einfach Nebel, damit es schwerer wird. Schade. Enttäuscht ein bisschen. Aber okay. Ich block' eh nie. Mein Problem ist mit dem, wenn ich dieses Schwert zweihändig nehme, ja? Dann macht er keinen Rundumschlag. Und dann treffe ich so selten. Das heißt, ich muss dann mit... Oh Gott. Ich muss dann mit schweren Angriffen arbeiten. Der Twitch-Chat fällt es umso mehr, das stimmt. Der Twitch-Chat ist erbarmungslos. Ich probiere das jetzt einmal, ob ich damit klarkomme. Können wir auch mal gucken. Macht mein anderes Schwert nicht mehr Schaden? Bei dem... Er macht halt Blitzschaden. Ich hab keine Ahnung. Du kannst ja mal testen, ne? Warum nicht? Wie ist denn hier der Angriffspattern? Ist genauso wie bei dem anderen auch, ne? Oh ne, der macht... Oh, das ist ja nice. Das soll ich aber nicht machen, denn dann geht die Waffe kaputt, ne? Okay. Der Magieschaden, ja. Ach, Magieschaden, komm schon. Ach, Magieschaden, komm schon. Ach, Magieschaden. Ich bin schon. Ach, Magieschaden. Ich hab das. Ach, echt jetzt? Man. Zum Teil. Echt jetzt da. Danke. Das ist blöd. Dann machen wir das ganz normal jetzt. Der Fluch, ja. Aber ich glaube, das macht ein bisschen mehr Schaden. 641, glaube ich. Das andere war irgendwas mit 500 und auch was. Jetzt sind die weg. Aber jetzt Feuer drauf machen, bringt halt meiner Meinung nach gar nichts. Feuer am Anfang drauf machen, bringt nichts. Doch, doch. Aber nicht vom Schwert. Nee, vom Schwert. Die habe ich mir nicht gecraftet. Auf das kann ich kein Feuer drauf machen. Stimmt. Er macht nichts. Das macht gut Schaden. Ich glaube, das macht mehr Schaden. Durchschnittlich. Durchschnittlich. Ja, wer schaut denn da vorbei? Hallo, Muffins. Grüß Gott. Wir sind beim letzten Boss. In Dark Souls 2, DLC 3. Hi. Hi, Reni. Wenn sie da ist, die Reni. Da ist sie. Danke für den Host, Reni. Dann viel Erfolg. Dankeschön. Vielleicht schaffen wir ihn heute sogar noch. Ich gehe stark davon aus. Ich bin fest davon überzeugt. Falls die 90 fragen, was ich hier mache, warum ich hier einfach ins Nichts laufe. Ich habe den Weg jetzt schon ein bisschen so oft abgelaufen, dass ich genau weiß, wo der ist. Wo ich hin muss. Nein. Oh Gott. Jetzt habe ich mich für Arsch genommen. Ah, den haben wir auch schon 10 Mal getötet. Ja, nice. Dann habe ich die Flas komplett umsonst getrunken. Den da oben auch schon 10 Mal? Ja, nice. Okay. Dann können wir ja auch noch hier jetzt. Ja, noch 15 Menschenbilder. Ich habe eine Flas genommen. Ich töte. So, ich muss jetzt abwarten, weil wenn ich hier das nicht mache, abwarten und jetzt loslaufen, wenn der Schneesturm da gerade tobt, dann kommen Pferde, die mich töten wollen. Beste Wege muss ich abwarten. Jetzt einfach ganz normal runterbäschen. Und man muss halt ein bisschen Risiko gehen in dem Moment, wenn sie beide da sind, ne? Da musst du halt ein bisschen Risiko gehen und einfach Druck bauen. Wenn du da Glück hast, dann stirbt dir eine und dann musst du es halt einfach langsam angehen lassen. So, da sind sie, die Kätzchen. Eine hier, eine hier. Ah, fängt der wieder so an. Komm schon. Da verliere ich ihn immer aus dem Tage. Das ist ein bisschen nervig. Das ist ein bisschen nervig. Diesen Angriff kann ich noch nicht. Der ist wieder so ein bisschen verzögert, ne? Man. Bei der Erklärung hast du jetzt aber unverhältnismäß auf Einfachverwendung. Ja, das stimmt. Gott, was für ein Drama hier. Unglaublich. Schlimm ist ja, der Boss ist nur optional, ne? Was heißt optional? Eigentlich sind ja alle Boss hier optional. Obwohl, was ist denn der Sinn hinter diesen drei DLCs? Es ist ja nur, im Prinzip, der Endboss ist halt der Endboss, weil du die Krone bekommst dann. Das war's aber auch. Also eigentlich ist der Endboss auch optional, wenn du so willst. Echt jetzt? Der Sandsturm war doch schon vorbei, Mann. Schneesturm. Schneesturm. Nein, es gibt ja schon Bosse, die man töten muss. Zum Beispiel der erste Boss in diesem Add-on war nicht optional, weil, äh, ähm, ohne den kommt man jetzt zum Endboss. Aber der Endboss ist immer optional. Die Viecher hasse ich, nicht umsonst wie die Pest. Ja, das ist richtig. Total unnötig, einfach. 500 Zeichen pro Minute. Drei Kronen braucht. Vielleicht dann auch mal ein... Okay. Ist wirklich ein Strang Lake Schloss? Ach, auf diesen verlassenen, äh, das könnte es sein, auf diesen zwei verlassenen Drohnen, ne? Oder der eine war ja ein Drohnen, das andere war, äh, Drohnen der First Lady, halt irgendwie. Oh Gott, wo bin ich jetzt hin gelatscht? Ja. Das könnte natürlich sein. Wenn wir den schnell töten, können wir da ja nochmal hin. Nur eine Vermutung, ja. Weißt du nicht, da hast du noch nie Dark Souls gespielt, ne? Hahaha. Ja, sowas ist cool, sowas könnt ihr mir sagen. Aber kein Boss mehr wahrscheinlich, ne? Dann wäre ja nicht optional. Ach, was heißt schon optional? Das weiß ich wirklich nicht. Ach so, okay. Okay. Das weiß ich auch mal ein bisschen Frame-Verluste. Minimal. Fängt aber schon wieder zu. Das ist gut. Jetzt wird mein Daumen weh vom nach vorne drücken. Das heißt, wenn ich das Schwert habe, habe ich nichts mehr zum buffen. Das heißt, ich muss einfach durchknüppeln. Ich habe mir ganz recht, weil dann muss ich mich um nichts anderes kümmern. Ausweichen ist ja schon schwer genug bei den Katz hier. Ah, dieser Doppelschlag, wenn sie nah an mir dran ist, ist es ätzend. Ich habe es lieber, wenn sie springt und ich kann durch sie durchrollen. Man kann sich es nicht aussuchen, ne? Oh, sie hat gehört. Loot heißt die übrigens. Sie hat gehört. Okay. Ich kann noch hinten wegrollen. War aber eine Wand, ne? Okay. 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 Wie macht die denn? Ich habe sie wieder mit dem Target. Oh, shit. Okay. Glück gehabt, ne? Oh, jetzt buffert es echt. Mir schrecklich leid. Das leckt gerade ohne Ende. Das liegt aber am Twitch jetzt. Okay. Das leckt brutal gerade. Das ist irgendwas Spezielles. Ja? Ja, machst du? Okay. So, ich warte mal ganz kurz, bis das vorbei ist. Ja, ruhig ein bisschen, ne? Ja, Frame-Einbrüche auf 500 KB. Das macht keinen Spaß. Oh, Frame-Einbrüche auf 500 KB, echt? Ah, jetzt springt er auf 5000 oder so. Jetzt sieht es wieder normal aus. Ich warte mal noch ganz kurz ab, bevor ich wieder einsteige hier. Keine Ahnung, was das war. Sieht gut aus. Ich weiss. Das war's. Ich weiss. Wir dauern. Ich weiss. Vielen Dank.